Relativ-Sätze Die Freunde Derry und Smiller sind auf Forschungsreise auf einem neuen Planeten unterwegs. Smiller konnte es nicht erwarten, den neuen Planeten zu erkunden und ist direkt losgelaufen. Dabei hat sie eine spektakuläre Beobachtung gemacht. Derry macht sich schnell auf den Weg zu ihr und berichtet dabei, was er sieht. Ich sehe den Mond, der grün ist. Hier siehst du einen Relativ-Satz. Relativ-Sätze sind Nebensätze. Sie werden mit einem Relativ-Pronomen eingeleitet. Das Relativ-Pronom bezieht sich auf ein Nomen, ein Pronomen oder eine Nomengruppe des Hauptsatzes. Das Nomen Mond aus dem Hauptsatz in unserem Beispiel wird durch den Relativ-Satz näher bestimmt. Mithilfe des Relativ-Satzes erhält man eine zusätzliche Information über die Farbe des Mondes. Nun weiß Smiller genau, welchen Mond Derry sieht. Das Geschlecht, auch Genus, und die Anzahl, auch Numerus, von Relativ-Pronomen und Bezugswort sind immer gleich. In unserem Beispiel ist das Bezugswort den Mond. Es ist männlich, auch maskulin, und steht im Singular, genau wie auch das Relativ-Pronomen. Kannst du aus diesen beiden Sätzen einen Relativ-Satz bilden? In beiden Sätzen findest du das Nomen Alien, einmal als Nomen, und einmal wird dieses durch ein Pronomen ersetzt. Indem du die Informationen aus beiden Sätzen zusammenführst, kannst du einen Relativ-Satz bilden. Da ist ein Alien, dem ein Schmetterling folgt. Alien wird zum Bezugswort. Und an dieses wird der Relativ-Satz mit einem Komma angeschlossen. Auch in deinen eigenen Texten kannst du Relativ-Sätze verwenden, um bestimmte Personen, Dinge oder Situationen näher zu beschreiben und Informationen hinzuzufügen. Oh, da sind Aliens, denen Pflanzen aus den Ohren wachsen. Kannst du erkennen, was das Relativ-Pronomen ist und auf welches Wort es sich bezieht? Teilen wir den Satz in zwei Teilsätze. Dann ist es vielleicht etwas leichter zu erkennen. Das Pronomen Ihnen im zweiten Satz bezieht sich auf das Nomen Aliens im ersten Satz. Führt man beide Informationen wieder zusammen, wird das Nomen Aliens zum Bezugswort im Hauptsatz. Die Zusatzinformation über die Besonderheit der Aliens wird mithilfe des Relativ-Pronomens denen eingeleitet und in Form eines Relativ-Satzes direkt an den Hauptsatz angeschlossen. Den Kasus kannst du hier mit der Frage, wem wachsen Pflanzen aus den Ohren, herausfinden. Die Antwort lautet, ihnen. Hier findest du also ein Relativ-Pronomen im Dativ. Jetzt laufe ich an dem Baum vorbei, dessen Früchte dreieckig sind. Hier siehst du einen Relativ-Satz mit einem Relativ-Pronomen im Genitiv. Die Frage nach dem Genitiv ist dir vielleicht schon bekannt. Man kann ihn mit wessen erfragen. Wessen Früchte sind dreieckig? Die Früchte des Baumes. Durch die beigefügte Information wird das Nomen hier wieder näher beschrieben. Im Relativ-Satz wird daraus das Relativ-Pronomen dessen. Und nun sehe ich ein Tier, welches drei Köpfe hat. Auch dies ist ein Relativ-Satz. Hier wird das Relativ-Pronomen welches benutzt. Man könnte stattdessen auch das benutzen. Diese Form der Relativ-Pronomen kommen jedoch seltener vor. Außerdem gibt es noch die, das mit welche, feminin, und der, was mit welcher, maskulin, ersetzt werden kann. Relativ-Sätze sind dem Haupt-Satz untergeordnet und können verschiedene Positionen einnehmen. Sie können nachgestellt sein, wie in unserem Beispiel. Der Relativ-Satz kann jedoch auch eingeschoben sein und den Haupt-Satz unterbrechen, so wie hier. Das Tier, das drei Köpfe hat, kann schnell laufen. Bei eingeschobenen Relativ-Sätzen steht vor und nach dem Relativ-Satz ein Komma. Bevor wir sehen, was weiter passiert, fassen wir noch einmal alle wichtigen Informationen zusammen. Relativ-Sätze sind Nebensätze, die dem Haupt-Satz untergeordnet sind. Sie werden mit einem Komma oder Kommas, bei eingeschobenen Relativ-Sätzen, vom Haupt-Satz abgetrennt. Außerdem werden sie mit einem Relativ-Pronomen eingeleitet. Darüber hinaus können sie auch an verschiedenen Positionen stehen. Da ist Smilla. Aber was will sie denn Dery sagen? Da ist Smilla. Aber wir können sie anizauchen. Ich habe das Wort, wenn sie aber nicht an als Ausmaßung weiß, hat eine Bezieher geben. Da ist eine Bezieher.